hallo youtube ja das ist kein gutes zeichen wie man sieht der wagen so hier drin steht eigenermaßen zerlegt offensichtlich hat sich die dichtung vom steuergehäuse und zwar hier oben in der ecke verabschiedet hier oben sieht man öl er schmeißt in fünf minuten knappen liter raus wenn er nur normal im leerlauf läuft das bedeutet ich muss das ganze steuergehäuse unternehmen hier hinterläuft der zahnriemen wie man sieht hat mit dem zylinderkopf nichts zu tun der zahnriemen also zylinderkopf kann man wechseln daher ist der zahnriemen gar nicht beteiligt könnt ihr in meinen videos sehen ja die scheibe da unten muss noch runter die kurbewellenscheibe dann kann dieses komplette teil dieser komplette deckel kann runter dann muss der zahnriemen komplett demontiert werden der ganze kram auch noch raus und dann der hintere deckel komplett vom motorblock runter ja steuergehäuse deckel na gut irgendwann sind solche dichtungen halt mal fällig und das war so ziemlich die letzte die ich noch nicht gemacht habe weil wahnsinnig aufwendig klimakompressor liegt auch schon daneben übrigens sehr praktisch gemacht dass man ihn einfach weglegen kann trotzdem angeschlossen ist da hat ja mit gedacht ja ja unten sieht man schon ein bisschen öl deswegen habe ich den wagen hier ganz schnell auf den beton gestellt das ist nicht witzig sogar die wasserpumpe die p-dichtung dahinter alles ist neu und das hier ist natürlich die mieseste dichtung die kaputt gehen kann das ist einfach uncool aber passiert halt und ja ich wollte in hamburg und wir haben ersatzteile gekauft ach ja bei der gelegenheit da es relativ unbekannt war wie in welchem zustand der zahnriemen ist und bei der gelegenheit natürlich ein komplett neuer zahnriemen umlenkrolle die wellendichtringe für kurbelwelle etc und irgendeine schraube deren ich sinn ich noch nicht so ganz erkenne und eine kurbel steuerdeckel dichtung ja muss ich sagen ich kann ich nur empfehlen ich krieg da kein geld für ich habe es ich habe heute morgen da angerufen bei der aufraut manufaktur in hamburg und die hatten alles da gut dass die steuergehäuse dichtung an sie an sich nicht aber wer braucht die schon das ist einmal in zehn jahren dass sowas kaputt geht deswegen fehrelefanz die habe ich jetzt bestellt und dies morgen da die kommt der ups kostet mit 10 der ganze kram hier ich glaube 115 ja dann ist für die nächsten 56 jahre wieder ruhe auch schön hier sieht man ganz dolle viele neue bremsen bremsen teile das sind alle bremsen die beim astra neu gemacht werden und zwar alle wie man hier sieht zahnriemen kommt auch noch ist auch unterwegs ja finde ich gut dann kann der mehr oder weniger in einem rutscht durch den tüv auf ebay mit zwei jahren tüv mal sehen was das so ergibt ja ansonsten gibt es nicht viel neues kann ja auch kaum neues geben weil ich bis gestern nacht hier drin hing als das aufgetreten ist das öl ist bis an die haube gespritzt hier sieht man die spuren noch da ist ordentlich öldruck hinter ist halt blöd aber was wir machen manchmal gehen dichtung kaputt er stirbt davon nicht der wagen hat sieben liter öl inhalt und selbst wenn drei abhauen naja ok jetzt muss ich gleich mal gucken dass ich irgendwo ein abzieher finde dass ich das gerümpel lauten abkriege alleine die schraube von dem teil ist monumental nicht schlecht oder geiles ding und die unterlegscheibe erst das hat was ja die muss wieder rein und da wird ja mit dem abzieher arbeiten drei arm abzieher und die darunter holen wenn ich irgendwie hinkriege die kamera zu platzieren dass ich euch sozusagen mitmachen hier sieht man auch alles sie ist das öl runtergelaufen dahinter ist das öl runtergelaufen dann muss ich erstmal ordentlich sauber machen ich würde erstmal eine familienpackung bremsen einiger kaufen für außen und das brauche ich noch dichtmasse brauche ich auch noch weil ich die gehäuse dichtung und die hintere dichtung definitiv nicht alleine der ganzen geschichte darüber lasse ja muss alles runter alles wasserpumpe aber das wird lustig ich kann das jetzt schon nicht leiden oder muss die wasserpumpe da nicht runter ne stimmt gar nicht muss gar nicht runter ne gott sei dank haben die das getrennt hoffe ich ja haben sie da hätte ich jetzt gar keine lust zu weil die seite ist eigentlich fertig die wasserpumpe hier ist wie man hier sieht nagelneu die habe ich schon gemacht den kollegen den spannenden habe ich schon liegen weil so ein ganz kleines bisschen hört man es fängt da an man sieht es auch schon ein bisschen macht doch keine großartigen probleme aber ich habe den schon neu für solche aktionen der hat auch glaube ich schon der kommt noch aus meinem alten weil hier drin hat sich mal was verheddert hier lachen lappen im motorraum und der hat sich um das ding umgewickelt um das alte und der hat glaube ich schon knappe 250 bis 300.000 unter der spannung hier also von daher darf er auch mal irgendwann kaputt gehen neu kosten die nicht gewählt ja ja welch bei der gelegenheit mal mitmachen läuft doch sehr gut muss ich sagen dafür dass er eigentlich kaputt bin beeindruckt von der qualität muss ich sagen so viel zu einem dummen spruch so von wegen ne gott schütze uns vor sturm und wind und autos aus england sind das eigentlich totaler quark die dinger sind eigentlich qualitativ sehr hochwertig sind halt ein bisschen aber gar distisch zusammengebaut muss jetzt keine dichtigkeit von dem auto erwarten darf er ja auch gar nicht sein wenn ich das wasser fahre muss ja wasser reinkommen sonst schwimmt das auto weg das ist ein gländewagen kein kein suv kann gerne dicht sein da gibt es einen guten spruch woran er denkt man wie stellt man fest dass ein mercedes g dicht ist man sperrt abends ein hund drin ein und wenn er morgens tot ist ist der mercedes g dicht wie prüft man die dichtigkeit an das land rover man sperrt abends ein hund ein und wenn er morgens noch da ist dann ist er dicht ja so ist das naja die teile häufen sich hier propeller ist auch schon raus wie man hier sieht geht alles relativ einfach ist eigentlich ein baukasten auto und dann sollte das nicht mehr weit sein den ganzen kram hier rauszuholen naja steuergehäuse dichtung muss wohl jeder mal mitmachen bei seinem auto ich hab's jetzt das dritte mal mache ich es jetzt ja muss halt ne ja wollte ich nur auf dem laufenden halten dass das video vielleicht ein bisschen kürzer wird auf jeden fall sind die bremsen schon mal dafür den astra lack ist dafür den astra zahnriemen kommt morgen glaube ich wenn ich das richtig mitgekriegt habe weil er nicht ganz so lieferbar die sehen doch schon mal sehr gut aus kein vierlefanz im guss es muss nicht immer ate sein das was ich noch so die schrauben sind auch dabei ich habe eindruckt das muss nicht immer ate sein was ich in sachen ate in letzter zeit erlebt habe dass ich hatte viele mercedes eingebaut und die hatten wirklich nach kürzester zeit hatten den seitenschlag einmal eine kräftige bremsung auf der autobahn und die waren krumm das gleiche mit brembo also mittlerweile weiß ich nicht mehr so wirklich was ich einbauen soll ich werde die dinge jetzt mal testen hat alles eine e zulassung sieht man hier auch die 1 1 zulassung also alles zulässig ich werde mal sehen was passiert wenn mir die marke gefällt dann werde ich die öfter einbauen so ein komplettes bremsen set für den astra kostet 117 euro wir werden sehen wie gesagt ich behalte die autos gerne im auge und ich teste auch gerne produkte also von daher so lange dass eine zulassung hat und ich weiß wo es herkommt ich habe eine rechnung darüber also kann da nicht viel passieren ist in deutschland zugelassen und darf gefahren werden ergo werden wir sehen was dabei passiert ob sie sehr schnell verschleißen was ich jetzt nicht unbedingt glaube oder ob sie irgendwelchen anderen ärger machen wie gesagt die premium marken sind im moment alle haben alle ärger ihr könnt euch das bei den autodoktoren gerne mal angucken was da brembo teilweise zusammen bastelt bremsbeläge die sich auseinander dividieren wo der belag runter geht vom träger deswegen ich will es einfach mal testen weil nach dem vierten oder fünften mal eine ate bremse zu wechseln die sind ja auch nicht billig weil die dinge einen seitenschlag gekriegt haben nach teilweise 2 3000 kilometern also das geht gar nicht und die sind ganz offiziell von meinem zulieferer das ist normalerweise erst ausrüster qualität und der hat die auch ganz regulär zurückgenommen auf ich nenne es mal kulanz weil so wirklich garantie nach 3000 km war es jetzt nicht aber ja und ich habe andere gekriegt auch wieder ate das gleiche wieder finde ich seltsam deswegen probiere ich die jetzt aus der astra ist keine unglaubliche rakete die 300 km h plus läuft 170 180 läuft er wir werden sowieso fahren erstmal test fahren und dann werden wir sehen ob die was bringen ich werde die nach allen regeln der kunst zusammenbauen sätteln und so weiter alles vernünftig vorbereiten ihr werdet das sehen ich was filmen und dann werden wir sehen ja es gibt leute die bauen nur dieses oder jenes ein aber selbst die firma meile kauft zu das ist viele fans die bauen auch nicht alles selbst die bauen für premium marken selbst die bauen für volumen modelle selbst aber spätestens wenn es irgendwo in richtung und sagen wir mal jetzt zum beispiel der pt cruiser geht es von meile ebbe die fertigen das nicht selbst die kaufen das zu kleben ihren namen drauf und dann ist gut macht febi bielstein auch das ist ein reiner umverpacker die stellen gar nichts her ja die kleben dann nur über ihren namen drauf letztendlich kommt der ganze kram sowieso aus china die frage ist wie sollte das gefertigt werden und diese vorgaben deswegen gucke ich hier gerade die bremsscheibe an das ist eine innen belüftete scheibenbremse die stege haben eine vernünftige dicke hier ist nichts gespart worden das ding hat volles material ich werde jetzt nicht auspacken sonst fangen die an zu gammeln also ich sehe keine keine material sparenden geschichten die nicht innen belüfteten hinteren schreiben bremsen sehen gut aus diesen kann kein deutsch irgendwo übermäßig abgedreht haben volle dicke deswegen ist mir empfohlen worden und werde ich jetzt mal so einbauen sieht alles sehr gut aus ich habe wie gesagt keine einwände bis jetzt die hinteren bremsbeläge müssen letztendlich nicht viel tun außer die handbremse und 20 prozent oder 25 prozent der bremsleistung übernehmen also wie gesagt wir werden sehen mist habe ich schon genug gesehen jetzt in letzter zeit von premium marken aber erstmal muss der kollege hier fertig werden weil ohne auto ist blöd wir haben noch ein paar andere autos das ist das problem aber das ist das zug fahrzeug und der t3 muss auch noch abgeholt werden das ist ja der wird da wohl nicht repariert gut aber dazu später mehr ich feiere mich gerade dafür dass ich kein mechatroniker bin vorschrift mäßiger weise sollte man mit einem dreimal drei arm abzieher das polrad unternehmen den kurbelwellen die kurbelwellenscheibe unten die mit dieser schraube hier festgemacht ist leider kann man diesen abzieher hier nicht zwischen setzen zu wenig platz blöd ich habe so abgekriegt womit habe ich das gemacht zwar habe ich mir auf dem flohmarkt so pneumatischen meißel gekauft damit habe ich die scheibe ganz schlicht und ergreifend jetzt so lange und mit rostlöser bearbeitet bis sie mit zwei hebeln rausgekommen ist ja ja geht nicht raus ist kaputt habe ich schon öfter mal gehört jetzt mal gucken ob der deckel abgeht der große moment schraube man bin ich gut unglaublich die offensichtlichste habe ich übersehen übrigens eine sehr praktische ratsche total billiges ding hat mir so oft schon den hintern gerettet gerade wenn man an solchen geschichten hier vorbeischrauben muss da sind da darüber sind auch welche und so weiter da kann man mal kurz mal eben so schrauben so sieht man dann kann man eben so schrauben das ist perfekt das teil nicht mal 20 euro kostet das ding ich finde die experten immer gut die ohne irgendwelches profi werkzeug gar nicht anfangen wollen zu schrauben und dann liegst du auf die reihe kriegen und irgendwo in rumänien liegt ein dacia auf der seite und die haben mit einer zange und einer zahnbürste den zahnriemen gemacht sollten manche leute mal darüber nachdenken ob das mit dem schrauben so der richtige job ist so das ist der steuergehäuse deckel das wurde aber ist aber kurz vor knapp mit dem zahnriemen alter verwalter eigentlich sollte der neuer sein zur geschichte der wagen selber hat natürlich einiges runter der motor ist ausgetauscht worden der hat jetzt 60.000 kilometer runter allerdings habe ich so das gefühl dass die anbauteile von dem alten motor übernommen haben der kaputt gegangen ist und unter anderem habe ich das gefühl dass diese werkstatt den zahnriemen von dem alten motor übernommen hat was echt brutal ist unglaublich das muss man sich erst mal trauen ja okay das war der mal gucken also der muss neu die umlenk rolle ist auch schon rostig die haben definitiv die alte den alten zahnriemen übernommen das geht mal gar nicht hier unten sieht man auch schon reichlich öl was hinterm steuergehäuse rauskommt ja das geht bis hier unten hin bis auf die ölwanne pass hülse sehr praktisch hier der theorie müsste eine zweite da sein und zwar hier aber das ist nicht das erste mal das aufgefallen ist dass die werkstatt blödsinn gebaut hat der neue motor wurde zum beispiel eingebaut und hat die haben dem das getriebe oben die unteren schrauben da kommt man super dran die oberen schrauben da muss man den ganzen motor nach hinten ankippen und dann mit einer unglaublich langen verlängerung von hinten die schrauben die oberen drei vier schrauben muss man befestigen so ist da wasser reingelaufen weil sie die nicht festgemacht haben bzw die waren gar nicht da und wir reden hier von einem nagelneuen austauschmotor für 4500 euro den sie dann bestückt haben und eingebaut haben noch mal glaube ich für zweieinhalb tausend ist schon recht aufwendig bei dem auto zugegeben aber dann noch bitte alle schrauben rein drehen uns ist der wandler kaputt gegangen weil er wasser gezogen hat ja keine fragen mehr dazu und wir machen den das getriebe ab gucken uns den wandler an und sehen matsch ja also den zahnriemen würde ich jetzt auch nicht mehr länger fahren wollen muss ich sagen ich bin beeindruckt dass er überhaupt noch gehalten hat wie gesagt so so unglaublich schlimm ist das nicht wenn er reißt stoßstangen motor stößelstangen von mir aus auch die stößelstangen verbiegen sich ein paar ventile krumm ich habe so viele ventile hier neue kosten gar nichts ein satz kolben kostet 54 euro alle vier wie gesagt man kann kein billigeres auto fahren was die ersatzteile angeht und okay das war das kleine update wieder mal so eine sache wo man sich schön darüber ärgern kann finde ich gut jetzt muss das ganze auf ot drehen das zeige ich euch gleich noch und dann mal gucken wie das ja das aussieht eigentlich müsste schon fast auf ot stehen weil diese markierung muss hier auf diese nase zeigen ich müsste also das quasi nur ein stück zurück also den hier ein bisschen zurück dann kann ich die pumpe abstecken mit dem neukommen wir können 0,5er bolzen bohrer geht auch der kommt dann hier durch ja das sieht schon fast nach ot aus seht ihr was da hinten in diese kleine nase kommt dann praktisch der bolzen dann steht auch dieses teil hier auf ot ergo die kurbelwelle steht auch auf ot die hat hier vorne keine markierung die wird hinten am getriebe in der schraube fixiert und wer passiert eigentlich nicht okay das sieht übel aus hier drin ich mache das erstmal sauber die neue dichtung ist auf jeden fall nötig hier heißt offensichtlich wasser reingekommen was eigentlich nicht darf normalerweise ist dieser kasten hermetisch abgeriegelt aber so richtig hermetisch abgeriegelt dass hier auf gar keinen fall wasser reinkommt zahnriemen wasser ist genauso wie zahnriemen öl das passt nicht so richtig zusammen ja okay ich guck mal was ich machen kann bis gleich ja das ist die nächste ratsche die mir echt auf den hintern gerettet hat auch spott billig das teil eigentlich ich glaube auf amazon und zwar das geheimnis ist in dem fall die kann man verlängern und gerade in bezug auf motoren drehen etc der bezug auf motoren drehen top teil kommt nicht immer überall dran sofort verkehrt rum die schrauben wir da reinkriegen da ist er so jetzt müsste eigentlich knapp vor ot stehen also wenn ich mir das hier so angucke sollte das jetzt ot sein jetzt müsste da eigentlich die kamerabeleuchtung funktioniert gerade nicht der müsste jetzt eigentlich genau da stehen ich besorge mal jetzt den bohrer den 95er und dann stecke ich den mal da rein so damit ist das jetzt blockiert hier steht es nicht ganz auf ot finde ich etwas seltsam ich befürchte die haben den zahnriemen ein bisschen versetzt eingebaut merkt man jetzt nicht so wirklich muss ich jedes mal der zahnriemen macht der die ventile aufschlagen gerade wie gerade ich es halte ich befürchte da ist nicht viel mit ot jetzt ist hier oben blockiert wie man sieht der stein alt glück im pech ja hätte ich mir auch trotzdem lieber erspart aber naja werkstätten halt für 6000 euro erwarte ich da ehrlich gesagt ein bisschen mehr das übrigens die das rad von der nockenwelle die sitzt hier deswegen zylinderkopf hier oben da kann man ausbauen man sieht keine nockenwelle kein zahnriemen der ist hier deshalb ist der wenn man alles vernünftig bereit liegt der zahl der der zylinderkopf in knapp einer stunde gewechselt ja kopfdichtung genau das gleiche in grün da will ich mich nicht großartig drüber auf wenn der kaputt geht aber naja wie gesagt das hier nervt gerade ein bisschen dass die steuerzeiten nicht so hundertprozentig stimmen auf spannung ziehen und wie es jetzt aussieht na gut das könnte man jetzt so als ot verkaufen aber wie gesagt der zahnriemen offensichtlich ist ja sogar schon länger geworden hat auch seine spuren überall hinterlassen wo er gelaufen ist im deckel also hier war fünf nach zwölf quasi schon pures glück dass das ding nicht durchgeknallt ist wie kann man alten zahnriemen wieder einbauen das verstehe ich nicht wie gesagt der motor ich weiß wo der besorgt wurde der komme kam direkt von land rover der schaden ist allerdings bei einer freien werkstatt repariert worden und ja das geht mal gar nicht dann kann man auch gleich die anbauteile neu nehmen spannung erscheinen so neu gemacht zu haben die sieht gut aus irgendwo ist auf jeden fall ziemliches schleppmoment im zahnriemen ja hier und wie gesagt das geht gar nicht so baut man das nicht ein selbst hier unten auf dem kurzen stück ist richtig ja abgedichtet haben es auch nicht richtig eine schraube war komplett voll mit öl die das scheint die von der rückseite gekriegt zu haben also ist die dichtung da hinten schon länger fertig wie man ein differenzial da unten sieht total ölfeucht ja ich bin zutiefst beeindruckt hat übrigens einen sinn dass ich den bohrer entwickelt habe in einem bohrer kann man sich schön schneiden wenn man irgendwo rein packt oder sowas in der richtung und daran vorbei schrammt das gibt richtig schöne wunden vor allen dingen klaffen die richtig schön auf also wenn man bohrer benimmt zum abstecken abkleben ja ist klar dann werde ich mal für heute feierabend machen macht das video fertig und lade das hoch für morgen okay ich wünsche euch jetzt noch mal einen angenehmen abend und angenehme rest woche bis später so